Herzlich Willkommen, liebe Freunde, das Computerspiel zum nächsten Let's Play by the Futurus Oh, 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 ich will's auch da Äh, ich spiel mit Renke Wir spielen, also ich hab 6,30er, ja, aber ich hab auch einen Gunner Den Renke, Renke kannst du eh drücken, rein tapen, eh drücken Warte, ja Ja Ähm, NB Precision, ihr seht, tap, ne Zwei NB Precision, die ich Mit Ausrufezeichen wollen Ich bin Level 9, Renke, Level 20, Royal Gunner Und wir sind grad auf einem Guten VV Server, schön voller 30er Und wir spielen jetzt einfach eine Runde Und ich bin Level 9, Leute, also verzeiht mir Wenn ich Pirate Cakes und so werfe, aber ich brauche es Renke, du musst mir immer mit Legget geben, ne Leut, warum Was, von wo? Keine Ahnung Ich werde auch die ganze Zeit tonnicken Aber das ist okay Und Widgets werde ich spammen, ich werde auch hier so Sowas hier machen Just for fun Leute, guckt's euch an, Alter Oder warst du das, Renke? Mhm Ja, das war mein Wizard-Ding, ne Äh, und ich spiel halt einfach mal Gunner seit ewig Und, äh, deswegen verzeiht mir Verzeiht mir meinen Aim Eben haben wir 0-2, glaub ich, verloren Aber jetzt ist Renke drin, das heißt, wir werden Hausdruck gewinnen Sorry, wenn's unausgeglichen ist Oh, Leute, ich hab ihn getroffen Oh Wo schießen die hin? Ja, jetzt wird's ja richtiger Stumpf Ja, lass mal gut ein bisschen zurückgehen, dass die Gegner wieder rauspressern können Ja, ich bin, ähm, zurückgegangen Ja, so kann man das nennen Wo ist mein Pfeil, guck Da ist einer Komm, du wurdest schon erkannt, Renke Ich hab Keine Ahnung, wie man Gunner spielt Ich glaub, ich muss Äh, öfter Dingsen hier, äh, mit der Schottie spielen Weil das ist ja halt Auf Long Range Und ich hab halt Ich bin Level 9 Ich hab Fernsefy auf 4, sonst nix, leider Oh, und deswegen, äh, bin ich angewiesen auf andere Fernsefyers und so Und ja, ich, ist es halt Gunner, ne Ich kann nicht so gut Gunner spielen Nicht so gut wie Renke auf jeden Fall Oder Rambo oder jeder andere, den ich kenne Aber ich geb mein Bestes Nice, okay, Renke Danks Renke, da ist wer Wie er mich wreckt Ah, das war ein Nadespam, okay Auch Level 9er Oh, gegen den muss ich ein bisschen mehr ruhen Äh, wer noch hier Insanity ist Irgendwer, der, äh, den ich kenne Master Chiefs Aftbear Decker hat den Swag Nice Und, keine Ahnung, Renke, sag du mal was Nimmst du auch auf jetzt? Nee, ich nehm nicht auf Okay Kannst du mit mir laufen und mir IG geben Äh, Legget Ja, ich hab gerade kein, äh, Legget, ich will, dass du auch tobt Deswegen habe ich uns zum Gedrückt Glück, der Plan ist, die dahin zu Dingsen Und dann zu Pirate King Aber hat nicht geklappt Nice Er war noch nicht im Wasser Nee Okay, ich nehme jetzt mal den nächsten Mal auf Ja, 42.0 Da frag ich mir auf jeden Fall noch eine auf Ähm, Leute Ich nehme jetzt einen neuen Part auf hier Es ist man nicht halt Für deine Zuschauer ist Max Ja, ich war gerade mit dem Satz, Renke Aber jetzt rede kurz, rede kurz Ähm Nur ganz kurze Informationen Max kann auch schon mal weiter labern Dann gleich, äh Ich spiele jetzt mit Max gerade Precision Mein Royal Gunner Ähm, weil wir einfach Bock drauf hatten Ich hatte Bock drauf Und Max meinte, ja, den hat er ja auch Und da gleiches Outfit und so weiter Dann können wir mal zusammen den spielen Ja Ich hab noch nicht mal einen Rang, Dude Nee Oh, guck mal, Captain Obvious Das heißt, die Gegner sind jetzt auch wieder ein bisschen verstärkt Das heißt, es ist kein gutes Match Und bist du K? Ich bin K, wo bist du? Nee, ich bin nach vorne gelaufen einfach Ja, fahr, fahr unten rum What the fuck, was für Heck Keine Ahnung Ich glaube, niemand heckt hier Vielleicht schon, aber Oh Ich hab ihn getroffen Er ist rechts weggeflogen Er brennt da in den Garten Uiuiui Uiuiui, das Steal von mir Oh, ich war aber auch richtig low Mit dem RPG Ja Das war ein guter Jump Wo sind die, wo sind die? Warte, irgendwas wollte ich gerade sagen Aber jetzt hab ich's vergessen Weil Renke mich so eiskalt überbrochen hat Unterbrochen hat Er ist genau so Heute ist der 13. Das heißt, mit der letzte Tag Wo man überhaupt, äh, spielen kann Und ich werde heute nochmal ein bisschen aufnehmen Mit Renke und vielleicht noch mit Maxx gleich Und Oh, das war actually sick Das ist ja gar keiner Und, äh Ja, ich werde's dann einfach nach und nach hochladen Das wird das erste Video sein Das heißt, das seht ihr jetzt ziemlich weit Ich muss mein Paar auch nochmal hochladen Ja, den von vor fünf Jahren Einfach vergessen hochzuladen Weil ich wieder mal Nicht gleich gerendert habe Ich bin ja manchmal nicht dumm Ah Mir ist egal, wenn ich den jetzt Den einen Paar jetzt heute hochladen Und den anderen dann morgen Oder so, mal schauen Muss ich mal gucken, wie ich das am besten mache Aber Wird auch ein bisschen Vielfalt Deswegen wollte ich dann mal Precision Dass wir nicht die ganze Zeit nur Insane Er sagt ein bisschen Ausgleich Du hast ja nie was gezeigt Hättest du auch Dings spielen können Du spielst auch immer nur Soulja Hä? Ich hab doch nicht kritisiert Dass du immer das gleich Äh, spielst Sondern das andere Renke Dass du ruhig deinen normalen Spielst können Weil Auch nicht Ja, hä? Ich bin auch nicht Ich find gut, dass ich immer nur Denselben spiele, Mann Das kannst du gar nicht gegen mich verwenden Ah, jetzt muss ich hier gehen Gute Gunner oder was Wo nach unten machen Lassen wir lieber zusammenficken Genauso Von hinten Oben auch Nein, das war nur ein Auto von uns Äh, hä, hä Nein Oh, das K Wo dann? Wo ist meine Öffnung? Hier Shotgun hätte locker getötet Wenn ich getroffen hätte Mach mal IG Er lag it Ich hab ihn hochgeschossen Es macht Spaß, Leute hochzuschießen Bam Yes, Leute Ich hab ihn guten Gunner gekillt I need help I need help Oh Gott, da war er Ja Ja Ja, ich bin auch tot Guck mal, wie locker der mich wegprägt So ein guter Spiel, Alter Oh, der hat getonigt Also darf ich weiter tonigen, Leute Ich hab wenigstens Assist bekommen Ähm Ja, ohne Scheiß Ich mein, ich glaub, mein Soldierspiel Meine Soldierspiels Sind ganz okay Nicht gut wie viele andere Leute Aber Okay Aber ich glaub, mein Gunner ist eher so Untere Gehaltsklasse Manage an, wie konnte er bitte diesen Raketenwerverschuss aufsaugen Hä? Das mach ich nicht Yes! es alle Kälte Lohr die sich erst gestorben haben weiß ich nicht mehr ein Problem mit der Connection 9 bei Problem Scheiße macht uns kurz Prozent des Königens also aber es gekickt die VIP um ein Gott die Admin Abusen hier jetzt noch mal so richtig schön rein Leute das war ein gutes One-on-one von mir ich bin instant wieder drin ich bin instant wieder gekickt machen wir doch die Runde dann suchen wir anderen Server und ich spiele dann eh wahrscheinlich äh Soldier gleich nochmal oh Leute aber ich hab gerade richtig nice One-on-one gemacht sogar Level 9 do you believe wo das immer hinfliegt ich verstehe das nicht I believe in Mirko alle lieben Mirko ja man so bin ich wieder dabei Leute äh ich wurde gerade gekickt für VIP ich hoffe es nicht gleich nochmal passiert ja sogar halt mal nur äh gekickt Leute jetzt hatte ich kurz Standbein ich bin kommen die für mich ne ich glaube ich geh die jetzt backstammen oh den lass ich lieber vorbeilaufen ist mir zu gut ey renke ich brauch deine Hilfe äh ja Digga bin ich in sie gestorben einfach die haben sich von hinten die haben sich von hinten angeschlichen an mich zu zweit und hab ich dann gekehrt und treib ich weh hin nein renko bist du ah da ich seh dich das war nice oh mein Gott ich bin tot holy shit ich kann echt kein Garner spielen ich meine guck mal ne ich bin echt untere Gehaltsklasse bei Gannern das ist mir jetzt sehr bewusst aber ich kriege jetzt gerade nochmal echt Respekt vor Leuten wie renke und pulle und Sonstigen guten Gannern weil das ist nicht so einfach wie es ausschaut yes man ich war so ich wollte mich wegschießen damit ich sterbe und ich lande auf dem Dach und sterbe an dem Schaden den ich durch das Dach kassiere ich wäre fast ich wäre gerade auch richtig nice fast weggekommen dann aber doch nicht oh mein Gott mein AIM ist einfach so scheiße hab ich mich trotzdem getötet zum Glück nice man Leute ihr seht einfach überhaupt keine Übung mein AIM ist trotzdem scheiße fuck wo ist denn der Typ so jetzt war noch ein gegen Captain Upviers guckt es euch an boah krass wo ist Meg6 und da vorne dachte der der Dings also oh Elite Soldiers Meg6 ja der hat mich schon ein bisschen gefragt manchmal ich gehe aber jetzt Digger was ist das für einer der ist cool Shotgun der ist OP ne der Rehm äh der Rehm tut richtig krassen Schaden ok gut dass du auch gegen ihn verkackst sogar im Turn 1 da fühle ich mich nicht so scheiße dann fühle ich mich echt nicht so scheiße mehr nice that RPG aber ich habe ihn wenigstens gekehlt nachdem Renke gestorben ist im Turn 1 sie wissen es einfach fucking Sixth Sense ne aber der spielt nicht Double er hat einen super Cheezer oder ich wusste es nicht super Bounce Shearer weiß nicht ich glaube es ist vielleicht ein Long vielleicht ist das ein Slow Long Range Ding so hat das gerade ausgesehen ok er hat auf jeden Fall krassen Schaden gedrückt ja war nicht so witzig ja also der drückt richtig ich habe 5 Treasure Tests bekommen nice Leute ich kann doch eigentlich mal aufmachen aber ne keine Lust so ich stand 11,8 mhm mhm ja meine zweite Runde war richtig scheiße der erste war am Anfang war richtig gut also war relativ gut also du meinst die erste Hälfte deiner ja die erste Hälfte ja ok Leute das war Gunner das letzte Mal Gunner nicht nur das letzte Mal Gunner das letzte Mal Gunner auf diesem Account in Battlefield Heroes hier nie wieder Gunner hochladen es tut mir leid ich hoffe es war nicht zu schlecht und ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß vielleicht habt ihr euch ja schlapp gelacht weil ich so schlecht bin was passiert kann man seinen eigenen oi 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 ähm ja keine Ahnung ähm ich werde jetzt lieben und wünsche euch noch einen schönen Tag ich werde noch ein paar Soldier Videos hochladen haut rein bis zum nächsten Mal hoffentlich tschau tschau tschau